Läuft! Boah, ist das da oben schön, mei ist das schön, und kalt ist das, aber so schön schon. Ah, jetzt haben wir gerade den Denizen-Copter versenkt, Carbon-Rotabletter sogar abgebrochen, weil es so kalt war. Der Helmut ist da, getapfer ist er, hält voll durch. Da ist übrigens diese Umwelt-Forschungsstation Schneewehrenhausen, weißt du, was sind die? Ah, da, da. Zimmer immer mit Aussicht. Oben ist noch die Bergstation, und da, ah, es ist so frisch hier. Ah, aber schön ist es schon. Es ist so schön hier oben. Viele Grüße an alle zu Hause gebliebenen. Ich kann es dir empfehlen, fahrt auf die Zugspitze. Das ist ein Befehl. Und Schlitten fahren kann man ja auch. Ah, und da die Josefkapelle. Ich wieder, gell. So, gehen wir rein. Gehen wir uns auf. Dann wollen wir mal ein Glühwein haben. Nein, die in die Kapelle kommt rein.